Dass sowas möglich ist, das hätte ich nicht gedacht. Aber hier kann man zusammenfassen, dass es an Corona lag, dass mal etwas möglich wird. In der ersten Theoriestunde lernt man, dass man in einer Kontrollzone eines internationalen Flughafens nichts zu suchen hat. Doch heute haben wir die Genehmigung gekriegt zu landen und zwar in Hamburg. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020